vielleicht wäre ich hier ganz nett so zwischen wohngebiet und okay inzwischen ist auch schon so eine verbindung entstanden das heißt ich kann das ist eine einbahnstraße okay dann würde ich hier bitte dank bitte bitte die baue ich das hin ich würde sagen am besten ja wobei sport anbindungstechnisch wäre es wahrscheinlich am besten wenn ich es nicht dahin bauen würde aber ich finde den ort eigentlich wirklich ganz geil die sind aber nicht so die sind aber nicht so zufrieden darüber warum was los mit dir passt doch wunderbar im baseball stadion direkt hier noch mal dran sehr gut das ganze aber jetzt nur bitte ein wenig verschönert die anbindung ist jetzt halt ein bisschen fragwürdig denn ja aktuell habe ich ja nur so eine tram linie die müsste ich vielleicht sogar ein bisschen dahinter noch fahren lassen vielleicht mal gucken doch eigentlich nicht mal gucken eigentlich schon dafür lasse ich die am besten dann hier stehen nur wie fahr ich die dann zurück da fehlt noch die umkehrschleife oder ich mache oder ich mache es noch mal besser dass ich sage okay bitte bitte ich fahre hier durch schnapp mir dann die trambahn gleise fahr hierhin und macht dann hier noch mal so eine komische umkehrschleife aber diesmal muss sie ja nicht ganz so groß werden wie beim letzten mal weil nun ja ist ja nur ein baseball stadion gut die amerikaner würden wahrscheinlich sagen was das andere ist hier nur ein fußballstadion ich sage aber als europäer das ist nur ein baseball stadion okay einmal hier in kreis einmal bitte in kreis fahren das ist toll das ist hübsch das hip blöd nur ich hätte vielleicht das ganze hier direkt machen sollen direkt da dran na egal dann müssen wir halt wieder pflastern irgendwie mal wieder das wird das wird wieder lustig einmal so einmal so wieso verbindet das dahinten aber hier wieder nicht und das hat generell jetzt sehr komisch verbunden entfernung zu geringen ja ich kann natürlich auch hier ein weg durchbauen versteht sicher von selbst also das sollte ja wohl gerade noch machbar sein hier hinten dann auch einen kleinen weg bauen na jetzt ist natürlich jedes bisschen schlecht aber hey das passt schon anbindung fertig jetzt würde ich nur ganz gern die tram hier nach dahinten verlegen und eine haltestelle hier hinzufügen sehr gut jetzt haben die auch ein baseball stadion haben wir noch irgendwelche ich drücke in der zwischenzeit mal auf play in der zwischenzeit habe ich keine anderen mehr okay hier ist keine stromanbindung das habe ich mir schon fast gedacht nicht so geil aber hey jetzt haben sie wieder strom und das besteht aus vielen teilgebäuden scheinbar ah jetzt wird noch ein bisschen verstärkt durch den einsatz einer weiteren linie ich würde vielleicht auch ganz gern hier jetzt noch aus gegebenen anlass zwei haltestellen hinzufügen damit die auch hierhin fahren können casino braucht ja keine zwei ICEs fahren gleichzeitig raus und ein nächster kommt rein ahja das ist das ist der ICE für die rundbahn da kommt der flughafentransfer boah hier geht es ab traffic ohne ende oh entsprechend auch extrem viele leute das ist schön anzuschauen die gehen da hinten übers gleis seht ihr das die gehen da hinten übers gleis dann alle auf das und da gehen sie dann ins nächste gebäude rüber um dann an der seite raus zu kommen oder so ähnlich die verschwinden fast einfach da laufen lauter leute durch die wand gehen da dann rüber ach die gehen nur aufs andere gleis alle ach und hier gehen sie auch einfach übers gleis ach tschuldigung hier war uns ein bisschen laut aber what the fuck die gehen einfach übers gleis ach 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 das ist der selbstmörder das ist der Suizidhaufbahnhof ach das ist das ist schön das ist richtig schön da hat der Morder glaube ich ein bisschen was verkackt was das überqueren betrifft ach ja ok die steigen in die linie um hei joi 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 oh ich glaube der muss da rein hier entsteht gerade ein kleiner Stau boah und hier brechen auch die FPS zusammen weil hier so viele Passagiere sind na gut in anderen Städten bricht da viel mehr zusammen als nur die F wieso bist du nicht einfach da rein gefahren na wie auch immer ok ich ähm ich muss glaube ich da selber nachhelfen nein es geht nicht es geht nicht nein es geht nicht es geht nicht Schande es ist zu oh das geht aber oh nein es ist zu eng minimal zu eng aber das würde sogar theoretisch gehen also da merkt man das ist hier auch nur so eine Art Weg oh nein ich brauche einen dünneren Weg aber ich glaube es gibt grundsätzlich nichts dünneres also man kann hier schon überall so eine Brücke dann bauen man sieht auch man könnte es einfach hier auch dann so drüber bauen das geht alles sähe vielleicht auch gar nicht mal so schlecht aus nur wir kommen da nicht hoch es geht schlichtweg nicht das ist schlecht das ist schlecht auch nö das ist doch kacka ich bräuchte vielleicht jetzt so ein No Collision Mod oh Mist na egal lassen wir es erstmal den Suizidtaubbahnhof sein inzwischen ist es ja nicht mal mehr nur das Stadion Stadion inzwischen ist es ja eigentlich auch sogar noch viel viel mehr ja auf jeden Fall damit sind wir jetzt erstmal durch nächster oh Gott was ist das denn das ist ja Grusel die haben hier ein wenig Rückstau die haben hier ein ganz klein wenig Rückstau okay ich habe da so eine Idee die ich machen kann ich habe da so eine Idee bevor wir erstmal groß was machen müssen wir natürlich erstmal das umsetzen oder von ja von hier aus von hier aus geht es gut so dann an den Schienen entlang und dann hier durch sehr gut einmal High Speedway vor allem an den Schienen entlang das geht auf jeden Fall noch voll klar hier dann durch müsste halt nur das ein wenig hier ändern wie man damit umgeht oder muss ich das überhaupt vielleicht funktioniert es auch einfach so schauen wir mal mal gucken was passiert weil aktuell sieht es ja so aus es würden die hier auf die Straße fahren dann hier rüber wollen und dann da drauf und Hilfe dann entsteht Chaos und die fahren eh alle nur alle auf einer Spur grundsätzlich ja Leute ihr könnt auch hier drauf fahren das ist möglich stelle man sich das mal vor unglaublich ah die machen es die kommen jetzt schneller ans Ziel als ihr alle die im Stau stehen wollt ihr seht ja wirklich schon so aus als würdet ihr das wollen ah da machen es noch ein paar mehr jetzt machen es noch ein paar mehr ich sehe schon wo das hin führt und ihr stellt euch alle brav an ja ihr seid ja Genies man, 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 man KD künstliche Dummheit müssen wir halt ein bisschen noch beschleunigen den ganzen Prozess dreispurig 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 und am Ende steht ihr eh alle nur auf einer Spur richtig? richtig ah, jetzt machen sie es jetzt haben sie es gecheckt, dass es die auch gibt hoho, die fahren alle durcheinander die fahren alle durch jawohl oh, okay wir lassen es mal ein Videospiel sein äh, wieso ist hier keine Ampel? wieso dürfen die die ganze Zeit fahren? sind die Ampeln ausgegangen? ich glaube die Ampeln sind ausgegangen also ich habe hier 1, 2, 3, 4 Ampeln pro Kreuzung und die dürfen die ganze Zeit fahren wieso dürfen die die ganze Zeit fahren? Leute, halt auf damit was ist denn das für ein Bug gerade? jetzt gibt es eine Ampel das war anscheinend tatsächlich vorher ein Problem so jawohl jetzt gibt es Rückstau yes sehr schön ich habe den Stau verlagert perfekt